Ich tarne mich. Das ist ein Igor. Ich schon. Igor. Das wird neuer Rekord. Nee. War doch übel. Nein! Oh! Das ist meins. Willst du nur das haben oder? Gib mir mal das Emblem. Das ist Nahkampf. Gib mir mal nur kurz. Ach, schau das aber haben. Ja, du küsst das. Ich will nur das andere noch holen. Ich war immer auf dem besten Stand, in welcher wir schon haben. Mach mal extra eine Kiste dafür. Oh, mach die einfach irgendwie da. Ich lebe hier mit runter. War ja so. Weil verlieren werden wir ja nicht. Nein, ich will dann trotzdem haben. Ja, du kriegst ja. Ich kann nicht probieren. Ah ja, Hexer-Emblem haben wir noch. Das ist ne Hexer. Ah, Magie. Ja. Ja. Nee, nein. Nein. Was rüstig denn dafür ab, ey? Willst du das jetzt noch haben? Ja. Oh, das hat sogar noch plus 4% Scharen. Ja, hab ich gesehen. Ich will jetzt mein Ding. Mein Kampf. Sag mal, das Krieger und Hexer. Der ist noch nicht da. Der ist noch nicht da. Oh, kann ich da? Ah! Ich hab kein Leben. Oh, doch. Oh, du eignet Leben her. Du, du, du. Seid noch so ne Battle Potion nehmen? Ja, mach mal. Anni, das war schon die letzte. Ja, kacke. Mal kurz, kurz gucken, wie das geht. Was? Battle Potion. Ja, mach doch. Ich warte hier, bis der neue Guide da ist, dann mach ich die. Und. Ähm. Was soll jemand sich das machen? Das ist erstmal die Frau. Ne Wasserflasche braucht man immer, ja? Ja, eigentlich schon. Ah, da war's ja. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ja, wo ist ne Guide hin? Hm. Na, nicht reinschmeißen, denn. Alles klar. Er kommt aber auch nicht. Wir sollten, glaube ich, nicht in der Nähe stehen. Ich will nur kurz ausgucken. Dann spawnt er auf dem Dach. Darum warte ich so lange unten. Ah, ne, ich sortiere so lange, das ist ein, andere Scheiß hier. Wie zum SP. Ich will mal zu, ah, Levi. Den mach ich gleich. Ich will nämlich was ausprobieren. Zusätzlich zu dieser Battle Potion noch. Kann, oh, oh. Unerwünschte Aufmerksamkeit erwecken. Ja. Oh, Lady. Achso, er ist da. Muss nicht. Auf dem Dach wahrscheinlich. Oben. Ganz, ganz oben. Toll. Ich will hier die rausnehmen. Goldfische. Ich merke gerade echt, dass ich kein Ding in Sinn hab. Haben die Flüge endlich noch Zutat? Oh, die will ich endlich auch noch upgraden. Ich will dich nicht teuer. Wo ist denn dieser Goblin? Wohnt der noch? Oder lebst du schon? Oh, 20 Gold, das geht noch. Ja, das geht, ist klar. Niemals. Nie wieder, bitte. Ja, das geht auch. Ob es sei, jeder hat erstmal einen Effekt. Ich glaube, das ist jetzt schon wieder ausnehmen. Oh Gott, fehlt mir anscheinend noch für die Neptun's Muschel. Wo ist denn jetzt der Guide? Lennst du oben? Guck mal auf dem Dach. Oh, hier ist ein Gewächshaus. Kann ich damit länger fliegen als du? Lass mal nach oben fliegen. Drei, zwei, eins. Hast du auch gesehen, ne? Warte mal. Die beste Challenge, von unten nach oben fliegen. Ich konnte die ganze Wand instan nach oben fliegen. Du kannst echt höher fliegen. Was ist das für eine Verarsche hier? Damit musst du jetzt angehen, ey. Nein. Ich bin nicht so wie du. Da müsste er hier irgendwo sein. Warte ich jetzt auf dem Dach oder nicht? Nein. Dann müsste er hier rechts oder so gehen. Vielleicht im Gewächshaus. Das glaube ich nicht. Ne, da ist immer nur die hier. Die Nute. Ja. Oh, Nute. Jimmy. Wie sieht denn der Guide aus? Jimmy Neutron. Neutron. Oh, Skelet Nute. Wo wohnt der Guide? Weiß. Zieh den Guide jetzt in unser Haus. Bis der Herkommt. Ah, der wohnt hier echt, ey. Dann paul ich mich noch nicht. Ja stimmt, sollt ihr Oma machen, warte. Ja, sollt ihr Oma machen. Lass mal wieder nach unten. Ja. Komm her. So, herstellen Flaschen. Federhöhen, Höhen, unsichtbar, Strang, Strang. Ah, Kampfdrang. Wertebrill? Haben wir davon noch ein paar? Ja, natürlich. Aber wir haben definitiv gegen Todeskraut, oder? Natürlich. Hab ich auch schon gesammelt. Okay. Oh, die Seelen des Schreckens, und so brauchen wir auch für die Kies. Wir brauchen jedes. Ja. Was hab ich noch mal gebraucht? Todeskraut. Ah, tatsächlich. Oh, du bist Meister. Ich weiß, hab ich alles schon gesammelt. Was brauch ich jetzt noch? Todeskraut und... Dann kann ich mir sowas nicht merken. Ach, warte, Brille, Brille, Brille. War ich denn die Korallen reingepackt? Hab ich die verbraucht? Ähm... Diese Dinge sind noch... Doch, haben wir doch noch. Danke für das Gespräch. Das ist mir egal. Einmal irgendwo noch... Dinge? Ich sortiere. Du nicht. Korallen. Ja, die hab ich auch reingepackt. Das weiß ich jetzt genau. Wir haben ein paar Battle Potions. Das reicht dann für... Eine Stunde, zehn Minuten. Wenigstens eine Kiste will ich öffnen. Ich muss... Ich werde mir zur Aufgabe machen, hier die komplett alle zuordnen. Mach das nicht. Du weißt, warum. Warum? Hm, gg, 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 gg. Äh... Äh... Oh, die hab ich auch noch. Ich meine, ich schmeiß hier immer nur hier einen Scheiß rein. Ich muss das ordnen. Äh... Ja, sagst du jetzt. Ne, mach ich bald. Ja, das sagst du jetzt. Ich such nur grad nach Korallen. Ich hab echt keine Korallen. Ja, ohne. Ich hörte nur den ersten Schuss. Ich weiß. Ich wollte nur gucken, ob ich das, äh... In Mana reinmachen hab ich schon nicht gemacht. So. Fahre mal ne Flügelküste? Ja, unten. Ich glaub nicht jede Kiste an. Ach hier. Jetzt können wir wieder unten. Ich brauch Korallen. Ich überleb' hier nicht lange. Ich brauch nur 15 Korallen, soll das nicht? Ja, nur. Oh, da will ich mit dabei sein. Oh, zwei... Igor. Werd' zur Mama gemacht. Aber grad hören die zwei Viecher da links. Davon hört man jede Explosion. Das tut mir so leid. Ein Hexer-Emblem. Für mich eins und für dich eins haben wir schon. Ach, stimmt. Ah, scheiße. Tut mir leid wegen der Explosion. Erst auf den Schalter stellen. Ich hab' jetzt die Bessil-Potion hier noch mal einfach. Soll ich dann schnell nach Korallen? Ich suche jetzt nach Korallen. Brauchen wir noch Licht oder Dunkelheit? Licht, ja. Wir brauchen alles noch. Licht haben wir nur noch zwei. Dunkelheit, weh. Wie so, nur noch zwei. Ich hab' noch ein paar im Inventar. So ist das nicht. Noch zwei, wir hatten nur sieben. Fünf hab' ich jetzt mitgenommen. Fünf hast du mit? Ich hab' vier noch mit. Licht. Ja, Licht. Wir brauchen mehr davon, glaub' ich. Allein schon wegen den Keys. Wir müssen uns ja den hässlichen Schlüssel machen. Komm schon, ein Maud. Ein Maud. Wenn das Ding kommen würde, ja. Nee, dafür bist du ja immer da. Ich krieg immer die Sachen aus. Du warst doch nur mit den Chels. Alle. Wirklich alle. Im Nachhinein ein Highgastgefund. Und das geht nicht klar, eigentlich. Ich töte auch hier alles noch. So ist das nicht. Weil es müsste dann auch noch einen Crimson-Mold geben. Und so ein Scheiß. Das stimmt. Ex-Kalibur. Oh, was ist denn? langweilig umzugucken, aber wie mir guckt's. Spätestens bei den Schildkröten guck ich noch mal zu. Oh, neue Fledermäuse. Ah, zwei solche Dinger und die noch nebeneinander. Du weißt, was ich meine. Kommt ne Arsche hier unten. Durch den Tunnel. Das Licht. Ich baue jede Scheißwand ab, ey. Du wirst noch nie nachdenken, wenn ich scheiße war. Oh, ne Schildkröte an der Oberfläche. Hä? An der Oberfläche? Ja, an der Oberfläche. Hab ihn gesheatet? Geil! Oh, hab dich getötet. Der andere muss hier auch noch runterkommen. Ach komm, den cheate ich jetzt oben hoch. Goodie back! Ich habe eine heute bekommen. Okay. Ah, wieder Creeper Outfit. Ah. Ja. Ach so, schlagen die mir an. Ich finde übel, viele sehen das Licht übrigens. Da geht's nicht. Oh, komm, kein Problem. Oh, hörst du piepen? Was nö. Piep 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 piep. das ist es ist er hat der Becker ihr Becker ist er nicht ja das ist doch ein Herd gekauft heute sind wir zu faul da jetzt zu warten und geht auch nicht runter zu meid ich höre das ich höre das nicht wirklich nur wenn ich mich konzentriere scheiße jetzt mache ich alle wieder zu viel so eine Fieber? ja ich komme hier nicht heilen ah da schießt er auf mich der ist frei das 6 Sekunden muss ich überleben das musst du ja wohl schaffen also es kommt noch so viel ah das ist eine Geldpuppe und so ein Elementarsch Elementarsch ja so ein heißer Arsch hat auf mich anzugreifen was habe ich euch getan oh was ist denn das hier unten die habe ich dann wohl übersöhnen vergilt er nicht schon wieder da? nö anscheinend nö ein Jahr nö der braucht dann schon lange das ist halt unterschiedlich 1 zu 4000 Mann das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein das ist schlimmer als Schrittbrücken aber ich kriege unendlich fehlen sehen letztlich das ist das Wesen eine positive Sache ah und Allah nach 5 Sekunden ja komm ein Allah geht immer dafür bin ich geboren ah ich sterbe wahrscheinlich oh nie doch nicht Kapitel 15 sehen das Licht also noch ein bisschen der Nacht machen oder wird ah erst wenn die Potions enden ist hm wie mache ich ein Fake schrei wenn ich Mord finde oh da ist eine Mimik das ist niemals eine Shadow Key ja was hab ich doch äh Shadow Ding wow Feuer Kreuz Kreuz Schmeckt gut oh ich trinke immer fast ich achte nie auf meine Luft auf meine Luft was in Lava oder im Wasser Wasser ich trinke ich trinke ich trinke ich trinke kauf dir mal auch Ghosts ich trinke mich ja ich trinke mich wenn er für Wii U kommt dann mache ich das es ist draußen für Wii U ja ich hab mir sowas schon äh so wurses Ding hat nie geguckt hier mit Qualität anderer Konsolen und so ja hm also vier Konsolen PS4 Xbox Play 3 und Wii U ja ja übelst PS4 übelst geil eigentlich ja da haben auch viele gesagt so ja Respekt an View und so weil das sieht sogar besser aus als bei Xbox ja 360 und die PS3 hat übelst und die PS3 hat übelst da zieht so scheiß aus da aber die PS4 die ist echt geil aber die hole ich mir nicht aber die sieht echt geil aus also alles da übelst geil muss ich dir mal zeigen einfach ja ich habe die Schatten und Lichter ich bin mir da nicht verstanden ich bin mir heute ist man nicht vor mir das kann ich versprechen du kennst mich Multiplayer wäre die wahrscheinlich so lange nicht anfassen ja Vielen Dank.